Let it go, let it go, let it go Na das ist aber auch nicht gut für deine Stimme Oh, es geht ja direkt los ne? So, ja Ja womit fangen wir denn an? Ich hab, also ich kenn die Bahn nicht ne? Aber ich red mich nicht raus So warte Kenn ich die überhaupt? Also die kommt mir gerade auch kein bisschen bekannt vor Scheiß, ach der kommt von links Ich hab das Spiel doch durchgespielt Ich weiß gar nicht von wo du genau jetzt kommst Links, ja Scheiß Oh ne, ich muss erstmal Fuck ey Ich baue jetzt erstmal Türme Extra für dich Ja Und ich warne dich sogar noch vor Ja, ist nett Bist netter Das bin ich Oh, kein Geld mehr? Okay Oh, ich auch nicht Warte Die Map kommt mir gar nicht bekannt vor Wie drehe ich nochmal? Ah mit Q Ich fahr schon Ja, 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 ich auch Tschüss Ja, ich musste Jaaaa Ich hab ziemlich viel Zeit gewastet Für Boah, Alter Weißt du? Ach, oh lol Perfekt Oh lol, hier geht's ja Ja, ja, ja Über die Stufen Oh lol, ich hab's mit 1 Jump hier bekommen Ja, ich auch Oh Als ob das mein Tod Oh mein Gott, wie Scheiße Was war das denn? Keine Ahnung Nein Was tue ich denn mit meinem Ball? So, was mach ich denn jetzt? Oh, oh Oh Ist dir überhaupt irgendwas hingebobbt? Oh, aber richtig schöne Schiffe Ach, das ist hier so Kolumbus-Scheiß? Ja, ja, bestimmt Kolumbus-Scheiß Oh, das war knapp Bist du vor... Du bist vor mir, oder? Äh, ja, ja, du bist ja runtergefallen Ja, ja, klar Oh, oh Da, wie schnell bist du? Ziemlich, ne? The fuck? Ich hab gelernt Nein, 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 nein Oh, fuck Eine Schicht verloren Aber du hast sogar eigentlich Heimvorteil Oh, ja Ja, hab ich noch Wie lang ist denn die Strecke? Wie krass Du hast wieder kurz vor Ende gebaut, oder? Ja Wie immer Oh nein, ich hör schon das Schiff Oh, ich hasse dieses Fickschiff Ohne Witz Es ist einfach die schlimmste Scheiße in diesem ganzen Spiel Ich hasse es Ach komm Dieses Fickschiff Ich bin da Oh, fuck Was, du bist schon da? Ja, ich hab's geschafft Oh, ich bin nur noch auf zwei Drittel, ey Ja, aber das macht nichts Alles gut Hä, bist du bei mir durchgekommen? Hä? Wie durch? Hä? Du hast Du bist einfach durchgefahren, oder wie? Ja Ich bin gegen einen Turm geklatscht Hm Und das war's Na gut Na gut Äh, scheiße Jetzt hab ich gar nicht aufgepasst Wie denn? Bau einfach das Ende zu Ey, 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 ey Das ist mein Lifehack Ne, 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 ne Wie, ne, ne Ne, ne, ne Mach das Na komm So, so Oh, das wird eklig Vor dir da noch ein Tier hin So Du hast gleich einen neuen Freund Okay, los geht's Aber bist du ja leicht vor mir, ey Zeit ist hier so wichtig in diesem Spiel Ja, ja, ja Ich, ich versteh auch nicht ganz, was dir da passiert ist Dass du auf einmal doch da noch Oh Gott Ich wär schon wieder fast runter Was ist dir passiert? Ich bin runter Hä? Hä, wo muss ich denn lang? Keine Ahnung, ich hab übelkommischen Sprung genommen Ja, das Ding ist Bei, bei deinem Loverbong-Scheiß da Das hat mich einfach direkt auf der Stufe erwischt Also wo ich grad hochspringen wollte Und bin ich halt mega gefickt worden Ach so Und dann war der Boost raus Und ich konnte nicht mehr ordentlich Anlauf nehmen Und dann musste ich so hochkrepeln Das hat übel viel Zeit gekostet So Ich waste grad auch noch ein bisschen Zeit Damit ich, ähm Hier ein paar mehr Punkte bekomme Oh shit Ich reiß halt diese Hütten immer ab Die bringen halt ultra viel Geld Nein, 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 nein Hör auf Oh nein Jaaaa Aber es hat mich geboostet Was? Oh Ja, es hat mir geholfen Dacht du bist runtergefallen Nee, nee Hä? Doch nicht Oh, ach so, du bist grad bei mir durch Oh man, ich hab's wieder Ja Oh man Das Kackschiff, ey Oh, schade Ja Ich bin in the flat Oh Oh, wieder Wieder ein paar Häuser von den Leuten Oh Easy going Du bist beim was? Ah! Oh, es hat mich geholfen geboostet Es hat dich geholfen Nein Ja, nice Was? Jetzt hast du mehr Schaden gemacht als ich wegen dem Buller Danke, Alter Mann, ich hab immer nicht aufgepasst, wo du jetzt durch bist Scheiße Mann, was soll das denn? Ähm, okay Okay Das fand ich nicht nett Das fand ich nicht nett Okay, ich hab aber richtig schön viel Geld Ja Ja Ich auch Ich auch Du? Nee, oder? Hä? Na ich mach mal so, komm Okay, ich bin glaub ich auch fertig Bin das denn viel? Na komm Oh leu, ich hab aus Versehen noch eins gesetzt Egal, go Go for it Mach mal so Und go Ha, ich bin vor dir Jetzt bist du sogar schon vor mir Jo Was machst du denn? Oh, lol Das hab ich gut gemacht Hast du geübt? Oh, das hab ich gut gemacht Du bist auch mit einer der Der einzigen, die das Spiel ja sogar Ähm, im Story-Modus gespielt haben Ja, aber Jo, ich hab einmal einen Stream dazu gemacht Das war auch ganz lustig, hab ich kaputt gelacht, weil Vorher hab ich das Game immer nur so bei dir halt gesehen Und ich hatte gar keinen Plan, wie durch die Story ist Also das ist ja das übelste Meme-Fest so Ja Und äh, das hab ich echt gefeiert Muss ich sagen Ich finde so Entwickler sollte es auch viel öfter geben Ja, übel cool Wie so, heißen Das ist so, so junger Humor Ja Und nicht alles so ernst und Ja Easy Bist du, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach komm Ja Wie deine Sachen mich null aufgehalten haben Easy Alles klar Hahaha Ich bin durch du Bob Scheiße Oh nein Oh du kriegst es Warte ich muss dich treffen mit irgendeiner geilen Scheiße Wo bist du? Nein Oh Gott, oh Gott Wo bist du? Wo bist du? Scheiße ich bin fast tot Ich bin fast tot Wo bist denn du? Wie viel Schein hat das denn gemacht? Du kannst einfach auf den Ball drücken, dann bist du bei mir Oh Gott Ja Ja Was? Alter No Scope Junge Was? Komplett weggefahren Hahaha Nein Hahaha Du mieser Schwein Hat das schonmal jemand geschafft? Kompletten Ball wegzumachen? Keine Ahnung Alter Also ich schonmal bei jemand anderem, aber bei mir keine Ahnung Holy shit Nein Oh man ey Du kleine Hallo Dich hat ja nichts aufgehalten Alter Und Abfahrt Scheiße Oh is it the win Ne 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 Da fahr ich nicht lang Oh gut gezielt Da fahr ich auch nicht lang Ach da gehst du Oh komm Oh ich schaff den Sprung Ah Ne Guck mal die dodge ich Ah so halb Nö Und Mann Jetzt Oh jetzt roll ich erst Oh du hast den guten Ball Ich hab so verloren Das ist ja erbärmlich Nicht auf Jetzt hab ich ne Kurve Scheiße bekommen Aus geht Was ey wie du da noch aufgeholt hast Ja ich hab jetzt nen Trick in deiner Defense gefunden Einfach komplett durchrollen ne Oh nein Was denn? Okay Sag mal Ich hab wieder dieser Er springt an den Punkt nicht Weil ich irgendwie Keine Ahnung durch die Ich hör nur die Hand auf den Tisch Boots Ja Und dann guck ich Er fällt runter Hab gar nicht gesehen wie Aber guck mal ich hab nen Schutz Ja ja Mal gucken wie viel der springt Bring mir nicht die viel weg Muss eh noch 2 Ja eben Ja du musst mich noch aufholen Eieieieiei Das schaff ich Oh nein Als ob du da was hingebaut hast Mann ich bin so stupid Oh Ja Nein Nein der Schutz ist weg Ach du kacke Was denn? Ach du kacke Was ist passiert? Ich bin ultra klein Ich wurde komplett in die Mangel genommen Scheiße Nein Nein Ja Dein Tier. Nein! Ja! Tötet ihn! Oh nein, ich habe mich viel zu früh gefreut. Ich habe eine Erhöhung nicht... Scheiße. Was passiert dir denn? Ich bin ultraklein. Wie viel... Wie viel Luftschiffe hast du hier? Ja, tötet ihn! Tötet ihn! Greift ihn doch an! Ihr lahmarschigen Kackviecher. Nein, nein, nein. Er muss komplett sterben, sonst bin ich tot. Nein! Was? Nein! Was ist das für eine Runde? Oh mein Gott. Warte, ich muss dich töten. Oh mein Gott, als ob. Viel Spaß dabei. Nein! Nein! Ja! Nein! Nein, noch einmal! Ja! Ja! Scheiße, scheiße. Intense round. Ja. Aber richtig. Alter, holy shit. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da bist du durchgekommen, also. Komm schon. Komm schon. Ja? Na, ich experimentiere mal ein bisschen. Ja, ich muss auch irgendwie... Ich habe jetzt einfach... Guck, wie ich halt optimiere. Okay. Ob mir das was bringt, keine Ahnung. Aber es ist ein Versuch wert. Ach, kacke. Ich hatte gar nicht genug für den Ball. Jetzt habe ich umsonst gespart. 700 kostet der Erste? Alter. Ja. Boah. Ich gehe. Und Tschüss. Hä, ich bin auch schon unterwegs. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh, der Baum hat meinen Arsch gerettet. Mein kleinen, süßen Arsch. Oh, ich wäre einfach vollkommen runtergefallen. Ich dachte, das hilft. Vor allem tötet ihn. Ich bin eine scheiß Steinkugel. Mit Gefühlen. Boah, wäre ich hier gerade nicht runtergefallen. Das... Ach, scheiße. Ja, bei mir war einfach... Ohne Witz. Meine Runde eben war bitterer als deine davor. Ich verstehe nicht, was... Was dir passiert ist. Ja, ich auch nicht so richtig. Ich habe halt einmal eine Erhöhung nicht geschafft. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Nice. Musste unten rum. Und... Was soll ich sagen? Hast du gut gebaut? Wie... Warum hat die Windmaschine jetzt nichts gebracht? Oh, fuck. Oh, nein. Ich wurde richtig erwischt. Kann man die Schiffe nicht kaputt machen? Indem man gegen... Nein, lass mich. Nice, nice, nice. Du mieses Trickschwein. Fickt ihn weg. Oh, nein, nein, nein. Oh, dein Schiff hat mich komplett gewustet. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warum hast du jeden so ein Glück? Ich bin... Was? Du bist rückge... Das war überlebt. Du warst außerhalb der Welt. Du scheiß Hacker. Du bist außerhalb der Welt gewesen. Nein, ich... Das hat mich halt... Oh, Mann. Egal, ich hab gewonnen, glaub ich. Scheiße, scheiße. Ja, see you later, Alligator. Nein, guck mal, wo ich bin. Guck mal, scheiße. Nein! Oh, das war so knapp, ey. Alter, intense round. Alter. Holy shit. Das war... Das war... Klose, ja, da riecht Miroslav Klose war das. Die Map war aber auch cool. Ja. Aber du kannst die auch noch nicht. Ja, irgendwie nicht. Also, ich hab die auf jeden Fall schon gespielt, aber... So lange her. Was nehmen wir? Hey, ist mir egal. Ich bin gerade richtig... On Fire. Ey, ich hab nicht einmal drauf geachtet, wie du durch meine Defense bist. Das fand ich irgendwie sad, weil es interessiert mich tatsächlich immer am meisten. Ja, aber du musst dann halt einfach weiterspielen. Ja, ja. Können wir das nochmal nehmen? Oh, nee. Das hatten wir schon mal. Die haben wir so oft gespielt. Ich glaub zweimal sogar. Ja, weil die halt cool war. Lieber ein... Hier, was ist Thermopyla? Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Okay. Go for it. Ja. Thermopyla. Die Map meines Vertrauens. Doch, die kenn ich. Ah, wieder mit nem Tier. Thermo. Ach, okay, ja. Scheiße. Man, ich hasse nicht, wie du nach oben fahren kannst. Ja, 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 das kannst du hier halt auch wirklich, ich glaub an jeder Stelle, du kannst nicht einmal komplett zubauen. Ich mach mal so. Okay. Ach komm, weißt du was? Wenn schon. Wenn schon. Ich hab... Oh Gott, ich hab kein Geld mehr. Das war so dumm. Du, du kannst bei mir so durchrennen. Nein. Ja, nice. Aber ich hab auch noch nicht wirklich was. Ich glaub, ich spar auch. Oder? Und go. Was, hier kann ich noch versuchen. Also, ich hab auch fast noch nichts. Ja, ja, aber du machst das schon. Ach, ja, die Map. Ja, ja. Ja, natürlich kenn ich die. Alter, deine scheiß Schiffe. Ohne Witz. Ja. Ich krieg's Kotzen bei denen. Oh, wie kaputt du bist. Ey, okay. Was? Geht noch. Aber ich hab deine kompletten Türme schon mal zerstört. Ich weiß nicht, ob es so ist, die kleinen Türme zu bauen. Weil, wenn die halt weg sind. Alles klar. Nice. Wenn die halt weg sind. Nein. Was passiert? Ja, dann, das, das Vieh hat mich dann am Ende noch weggerammt. Alter. Piet. Ja, dann kann ich hier ein paar... Ich weiß nicht, wo lang. Ist das richtig? Ja, okay. Du bist einfach schon da. Oh man, warte noch, warte. Ich hab nicht viel Schaden gemacht, aber ich hab ein paar Gebäude mitgenommen. So. Ja, das ist die Hauptsache. So ist es. Äh. So ist es, Alter. Oh. Richtig Damage gemacht. Na ja. Na ja, na ja. Oh, du hast meine Bank zerstört? Hab ich? Ne, ne, die verschwindet. Ach lol. Die verschwindet. Okay. Na gut. Ähm. Wie machen wir denn das? Wir basteln hier noch was Schönes. Michael. Ach nee, du bist ja nicht Zombie. Kann man schon mal verwechseln. Jo. So. Ähm. So, mal gucken, ob du damit klarkommst. Natürlich. Kleiner Lauch. So. Okay. Komm mal her. Komm. Nein, wie er jetzt... Ja. Ja. Nein. Tötet ihn. Das ist nicht wahr. Alter, danke Lorabon. Schiff. Warum kommt man denn da durch? Das ist so scheiße. Ja, das Schiff. Nur das hat mich gerettet. Alter. Warum hilft dir mein Schiff immer? Ja, nicht immer. Nicht immer. Ja, also schon oft. So. Alles klar. Alles klar. Hä, Mann. Aber ich hab's. Bam. Und ich hab auch mehr Damage gemacht als du eben. Deswegen kann sein, dass das... Nee, okay. Du wirst beim nächsten Mal durch sein. Ah, meinst du? Fuck. Du bist viel zu schnell. Und... Scheiße. Das war kacke. Nein. Ich dachte, das hilft irgendwie. Ich brauch viel mehr Geld. Jetzt bin ich gespannt. Du ein Kack. Ich bin gespannt. Ich war... Oh, die hier vorne hätte ich nicht setzen sollen. Naja. So. Ich düse durch. Jetzt hab ich gar nicht drauf geachtet, wie viel Damage du kriegst. Na komm. Ah. Was machst du denn? Loll. Ach, da schießt der Katapult. Na dann go. Oh nein. Komm her. Oh nein. Wow, gut gezielt. Ach, fuck. Hier ist eine Windmaschine. Ja. Ah, die hab ich zu spät gesehen. Oh, das hat was gebracht. Aber die... Die zeigt doch noch... Die zeigt gar nicht zu dir. Nee, hä? Okay. Nee. Ey, dieses Scheißschiff. Jedes Mal sehe ich, wie dich das zerboostet. Aber es macht halt... Also, um fair zu sein, es macht halt echt ordentlich Damage, ne? Ja, ich weiß. Oh, ich nächste Mal wissen, wie es hier bauen werde. Boah. Nein. Nein. Oh doch. Du bist da eiskalt durchgebrauscht. Oh doch, komplett durch. Komplett. Oh, ich muss genug Schaden machen. Ja. Nein. Nein. Hahaha. Was? Ich rieche ein 2-0. Warte, lass mich gucken, ob ich durchkomme. Warte. Lass mich nur gucken, ob ich durchkomme. Am besten ist echt die Musik. Lalalala. Und... Was? Ich werde durchgekommen. Du Miese. Ich habe einfach verloren. Dafür hast du mich letztes Mal 2-0 weggemacht. 3-0, wenn dann. Oder? 2-1. 3-0. Oder was? Haben wir nicht... Ach nee, wir haben ja einmal für mich, einmal für dich aufgenommen. Ich glaube, du hast mich beide mal weggemacht. Nice. Dann nehmen wir das. Ah, ist das die gerade runter? Ja. Oh, I hate it. Ich habe zwar schon verloren, aber... Das kann ich noch gewinnen. Das ist noch eine 1-Ehrenrunde. Genau. So. Hm. Okay. Okay, okay, okay. Wir machen das folgendermaßen. Ja, mal gucken, ob das was bringt. Ah, nein, da fliegst du. Oder? Ja, scheiße. Tust du. Das war so dumm. Oh, war das dumm. Nein. Ja, das war ein Fehler. Mal gucken, wie viel... Okay. Also, bei mir kannst du halt noch einfach durchrauschen. War egal. Die erste Runde ist nicht so schlimm. Alter, du... Null. Nicht mal getroffen, wie ich vorne... Schade. Aber war... Aber es hat dich gebremst, oder? Nice Tactics. Ja, nicht so sehr gebremst, wie, dass du halt einen dilaten Start hast. So. Ja, stimmt. Wobei, du bist ja trotzdem vor mir, weil ich eine Kante getroffen habe. G, G, ey. Noob Tactics. Was hast du denn da hingebaut? Da man nichts Relevantes, tschüss. Ich kann fliegen. Ja. Ey, was hast du gebaut? Ach, Windmaschinen. Hey, was sollen die bringen? Ich kann doch korrigieren. Ja, keine Ahnung. Ja, ich ja auch. Das ist halt so eine... Ich fliege durch, Map. Gut. Nee, nee, nee. Schade. Hätte das getroffen. So. Also, ich habe direkt gesehen, wo der Fehler ist. Wo ist er? Wo ist er? Erzähl mal. Mist. Mist. Ja, ich probiere es. Komm. Schaden kann es nicht. Okay. Ich denke, jetzt kannst du es nicht machen, was du gerade gemacht hast. Das war nämlich sehr assi. Glaubst du? Ja. Also, ich probiere gerade wirklich eine ganz, ganz andere Taktik aus. Okay. Mal schauen, ob die irgendwie sinnvoll ist. Taktik, oder? Ja. Kann man so nennen. Und ich bin vor dir. Auch schön. Noch. Noch. Alter, ich bleib immer an dieser Kante hängen. So, jetzt. Viel Spaß. Oh, was? Du machst ihn einfach kaputt? Du hast mich geboostet. Ja, aber... Ey, du machst ihn einfach kaputt? Na klar. Was bringst du denn? Und... Zack. In dein Gesicht. Du bist... Hat es geklappt? Ja, aber ich habe alles weggemacht, was auf der Seite stand, aber... Was? Naja, mal gucken. Okay. Okay. Könnte ganz nett sein. Und du bist jetzt auch erst da. Zack. Oh, ich bin... Töte den. Okay, das war's. Ja. Das war's. Ja. Und... Ah, du machst aber schon. Also, ich glaube, du musst... Ja. Ja, kommt drauf an, wie du jetzt ankommst. Also, normalerweise... Nee, wir haben... Scheiße, die müsste vielleicht auch noch zweimal... Ah, weiß ich nicht. Nein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Dann fahr ich mal los und probier's. Ich war echt sehr früh fertig im Vergleich zu dir. Ich werd's jetzt schaffen. Ähm... Wow. Das war... Klaus. Klaus. Klaus ist auch nice. Du kriegst mich nicht. Oh nein. Jetzt ist aber schon wieder so ein Drecksturm. Oh. Alter. Oh. Alter. Was? Was ist das denn? Ich fliege. Alter, wie weit vorne soll ich denn die noch bauen? Das war so gut. Oh, Mann. Und, 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 und. Na, Ehrenrunde. Ja. Okay, okay. Warte, ich will nochmal gucken, was du jetzt gebaut hast. So, linke Seite müsste ja relativ frei sein. Ja. Bestimmt. Hä? Als ob, was ist die denn? Wovon bin ich weggeprallt? Keine Ahnung. Aber das geht ja noch. Ah. Der schießt ihn. Ah. Ja. Ja. Demütigung. Demütigung. Shame. 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 Mach ich kaputt jetzt hier. Nein, nein, greif doch an. Versuch zu shoppen. Ich will die einfach nur kaputt machen. Nein, du gehst jetzt ins Ziel. Nö. Du besiegst mich jetzt. Ja, ich mach dir jetzt kaputt. Du besieg mich jetzt. Zack. Komm. Geh, geh ins Ziel. Oh, da bin ich schon wieder runtergefallen. Was war das denn? Die anderen krieg ich auch noch. Mann, jetzt. Ja. Ja, du hast es. Ja, komm. Was? Geh ins Tor mal, guck mal, ob es... Oh. Ach, Gott. Oh. Wow, wow. Nee, das schaffst du gar nicht. So, ich treff das. Ach, daneben. Ei, jetzt hab ich mich aber verfangen. Mann, ja gut, dann fahr ich halt. Okay, warte, warte. Oh, jetzt wollte ich es schaffen. Schön, dass du mir noch eine Chance lässt. Dude. Ja.